eine besondere form der binären beziehung ist die sogenannte aggregation sie beschreibt eine ist teil von oder ganzes teil beziehung in anderen worten ein objekt der einen klasse die das ganze beschreibt beinhaltet mehrere objekte der anderen klasse also die teile da schauen wir uns jetzt gemeinsam genauer an die aggregation dient also zur beschreibung von ganzes teil beziehungen wir unterscheiden dabei zwei verschiedene arten der aggregation nämlich einerseits die schwache aggregation und andererseits die starke aggregation letztere wird auch als komposition bezeichnen bei der schwachen aggregation kann ein teil auch in mehreren ganzen enthalten sein daher reden wir in diesem fall auch von shared aggregation bei der starken aggregation kann ein teil immer nur in einem bestimmten ganzen enthalten sein und daher sprechen wir auch von composite aggregation unabhängig davon ob es sich um eine schwache oder eine starke aggregation handelt gibt es gewisse eigenschaften für aggregation eine dieser eigenschaften ist die sogenannte transitivität das bedeutet wenn ein objekt c in einem objekt b enthalten ist und dieses objekt b in einem objekt a enthalten ist dann ist transitiv gesehen auch das objekt c im objekt a enthalten weiters gilt die sogenannte antisymmetrie das bedeutet wenn ein objekt b ein teil vom objekt a ist dann kann nicht dieses objekt a auch ein teil vom objekt b sein sehen wir uns zunächst die schwache aggregation an die wir mit hilfe einer weißen raute auf der seite des ganzen notieren wollen bei der schwachen aggregation besteht eine schwache zugehörigkeit der teile zum ganzen das heißt die teile bestehen unabhängig von ihrem ganzen das sei am ersten beispiel schon demonstriert hier haben wir als ganzes eine studierendenvertretung und eine studierendenvertretung besteht aus mehreren studierendenvertretern oder eben aus mehreren studierenden als teilen eine studierende kann aber muss keine aktive studierendenvertreterin sein oder in anderen worten eine studierende ist in null oder ein studierendenvertretungen enthalten ganz klar ist man studierende unabhängig davon ob man in einer studierendenvertretung aktiv ist oder nicht das heißt es besteht ganz klar eine unabhängigkeit des teils des studierenden bei schwachen aggregationen kann die multiplizität auf der seite des ganzen auch größer als 1 sein das sieht man sehr schön am zweiten beispiel hier es gilt dass ein studium als ganzes aus mehreren lehrveranstaltungen als teil besteht umgekehrt wird jedoch eine lehrveranstaltung nicht exklusiv für ein studium angeboten sondern eine lehrveranstaltung als teil kann in mehreren ganzen in mehreren studien enthalten sein man sieht ganz klar hier auch die shared composition ein teil in mehreren ganzen enthalten ein weiterer aspekt ist bei den schwachen aggregationen die eingeschränkte propagierungssemantik wie propagiert man zum beispiel das löschen eingeschränkt deshalb weil wenn man das ganze löscht nicht automatisch alle teile gelöscht werden das zweite beispiel bedeutet das lösche ich ein studium werden die teile nämlich die lehrveranstaltungen nicht gelöscht weil diese lehrveranstaltungen könnten ja noch für ein anderes studium benötigt werden dementsprechend eine eingeschränkte propagierungssemantik wenn ich jetzt noch ein objektdiagramm zeichnen würde für die schwache aggregation das haben wir leider auf der folie nicht dargestellt so würde man erkennen dass das objektdiagramm ein gerichteter a-zyklischer graph ist vorher haben wir bereits gehört dass für schwache aggregation auch die transitivität gilt weil die transitivität gilt benötigen wir einen gerichteten grafen und weil wir auch die asymmetrie haben dürfen keine zyklen darin vorkommen dementsprechend ist es ein gerichteter a-zyklischer graph wir kommen zur starken aggregation oder komposition genannt eine starke aggregation wird durch eine schwarze raute oder ausgefüllte raute auf der seite des ganzen dargestellt bei der starken aggregation gilt dass ein teil zu einem bestimmten zeitpunkt nur in einem ganzen enthalten sein darf schauen wir uns das beispiel an ein gebäude als ganzes beinhaltet mehrere hörsille ein hörsaal ist jedoch in maximal einem gebäude enthalten in unserem fall ist hier die multiplizität ein einser das bedeutet sogar dass ein hörsaal immer in genau einem gebäude enthalten ist es besteht eine starke abhängigkeit der teile zum ganzen das heißt der hörsaal ist stark vom gebäude abhängig und dann gilt auch die propagierung semantik schauen wir uns das anhand des löschens an würde ich das gebäude löschen lösche ich damit auch alle hörsille die in diesem gebäude enthalten sind manche autoren gehen auch von dem fall aus dass die multiplizität auf der seite des ganzen immer eins sein muss wir unterrichten jedoch auch den fall das die multiplizität 0 bis 1 betragen kann sehen wir uns das hier eben an diesem beispiel der starken aggregation zwischen hörsaal und beamer an ein hörsaal hat einen eingebauten beamer ein beamer kann jedoch für sich selbst bestehen oder in einem hörsaal eingebaut sein daher ist die multiplizität hier 0 bis 1 wir unterstellen dann die folgende abhängigkeit ein beamer der in keinem hörsaal eingebaut ist besteht für sich selbst ein beamer der in einem hörsaal eingebaut ist ist dann von diesem hörsaal stark abhängig es gilt dann die propagierung semantik das heißt wenn ich den hörsaal lösche lösche ich automatisch den eingebauten beamer mit möchte ich den beamer sozusagen retten müsste ich vor dem löschen des hörsaals die beziehung zwischen dem beamer und dem hörsaal löschen dann besteht der beamer wieder für sich selbst dann erst wird der hörsaal gelöscht unabhängig von dieser 0 bis 1 oder 1 multiplizität gilt dass die objekte im falle einer starken aggregation einen baum bilden das würde ich in einem zugehörigen objekt diagramm sehen es besteht also weil es ein baum ist eine hierarchie von teil von beziehungen und da gilt eine transitivität denn es gilt ja ein beamer ist in einem hörsaal eingebaut und dieser hörsaal befindet sich in einem gebäude transitiv bedeutet das natürlich dass dann der beamer auch in einem gebäude enthalten ist wir kommen abschließend noch einmal zu einem beispiel das uns die unterschiede zwischen einer komposition und einer schwachen aggregation darstellt und insbesondere auch die details dabei wir erläutern das an einem beispiel das die beziehung zwischen einem auto und den dazugehörigen reifen beschreibt im ersten fall besteht ein auto aus vier reifen ein reifen kann aber muss nicht auf einem auto montiert sein die zweite lösung ist sehr sehr ähnlich hier gilt nur dass jeder reifen auf einem auto montiert sein muss im dritten beispiel haben wir eine schwache aggregation und jeder reifen kann auf mehreren autos montiert sein das vierte beispiel sieht zunächst eigenartig aus das besagt dass ein auto ein bis zwei reifen hat und ein reifen auch auf mehreren autos montiert sein kann was ist nun richtig dazu müssen wir aber einiges mehr noch von der realität wissen nehmen wir an wir wollen ein informationssystem für einen autohändler beschreiben und da sei es so dass reifen geliefert werden und identifizierbar sein sollen jedoch sobald ein reifen auf einem auto montiert wird interessiert uns nicht mehr als einzelstück sondern geht im auto unter sehen wir uns also nun die lösungen für unser beispiel an wir haben gelernt dass ein reifen geliefert wird identifizierbar sein muss ohne dass er auf einem auto montiert wird dementsprechend sollte die multiplizität auf seite des autos 0 bis 1 betragen weil er ein reifen noch nicht montiert sein muss daher ist die erste lösung richtig und nicht die zweite lösung es gilt weiters dass ein reifen ein bestimmter reifen niemals auf mehrere autos montiert werden kann daher ist die schwache aggregation die multiplizität stern ein fehler das würde auch für das vierte beispiel gelten ich habe jedoch jetzt bei der lösung hier umgeändert von tire auf type of tire das heißt ich spreche vom reifen typ und einem bestimmten reifen typ kann ich natürlich auf mehrere autos montieren dann hätte ich eine schwache aggregation mit der multiplizität stern es gilt dass auf einem auto auf derselben achse dieselben reifen typen montiert sein müssen dementsprechend wäre dann die multiplizität auf seite des reifen typ 1 bis 2 nämlich wenn auf beiden achsen derselbe reifen typ montiert ist dann wäre hier ein 1 zu ziehen bei den links habe ich auf den achsen unterschiedliche reifen typen dann hat ein auto auch zwei unterschiedliche reifen typen montiert diesem falle wäre die vierte lösung richtig wenn ich hier nicht von den konkreten einzelnen reifen sondern von den reifen typen spreche die modellierung von komponenten strukturen im rahmen von ganzes teilbeziehungen mit hilfe der starken aggregation oder komposition beziehungsweise auch mit der schwachen aggregation sind uns nun geläufig wir kommen in der weiteren folge zur vererbung die wir mit hilfe von generalisierungen modellieren und zusammen Withoutchoent www.modell Stream Beziehungsweise Beispos